Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von Banishers Ghost of New Eden. Wir sind ja hier noch nicht, ich habe das hier noch nicht, das entschworen gekriegt, warum auch immer. Vielleicht wusste ich das da noch nicht besser, wie es geht. Da kann ich nicht hin. Wo komme ich da jetzt wieder hin? Wo komme ich denn jetzt hier wieder runter? Da. Hier ist wieder so ein Zeug. Konnte ich den Zauber da noch nicht? Irgendwas muss doch da gewesen sein, weswegen wir das noch nicht gemacht haben. Ich weiß das doch jetzt nicht mehr, das fliegt mit. Oh Gott. Stimmt, du Dreck-Sau! Trans-sense-sense-phase da. Hier muss doch irgendwo... Da ist der Altrauch. Warum hab ich den denn nicht kaputt gemacht? Ich versteh's nicht. Er hat wieder nicht umgeschalten, ne? Äh, das sollte ja eigentlich... Ja, da gehen wir gleich hin. Jetzt werden wir erstmal hier die... Dinger lupen. Die Dinge, die hier sind... Ach, hier ist ja noch was. Hm, nix. Ein Pilz. Blümchen für Antea. Ein Christfurz. Das kann sie nicht machen, weil sie sich ja nicht so manifestieren kann, ne? Und hier können wir dann hin und her hüppen. Das hilft auch wirtschaften. Dann schauen wir mal, was hier ist. Diese Leichenteile schreien förmlich, beschwört mich. Das könnte eine Geißel sein. Ein Widerling brauchen wir dazu. Seele und Körper, ich beschwöre euch! Nö. Doch, so? Hm, da denn. Ich kann das nicht blocken. Ich kann das nicht blocken. So, dann haben wir das hier auch gemacht. Ich habe aber immer noch diese Dinger nicht gefunden, die wir hier dafür brauchen, ne? Wir haben erst einen einzigen. Wir könnten aber mal da hinten hingucken, was da ist. Halt, hier können wir jetzt ja rüberhüpfen. Was sagt? Zeit? Oh, wir haben ja gerade erst angefangen. Stimmt ja. Ich vergesse die Zeit. Aber ich sollte mal langsam auch ein Ende für heute finden. Vielleicht auch noch was? Was ist denn das hier alles? Ist ja noch so viel. Ich hatte die Ehre Hoffnung, hier noch so einen Wachposten zu finden. Denn man sagt ja, die Hoffnung starb zuletzt. So, hier rüber. Hier haben wir ja... Lampen anzünden müssen. Hä? Hä? Blä, 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 hier. Das hört sich komisch an. So, ob hier so eine Geisterlampe, sag ich mal, dazu ist. Ist aber nicht, ne? Nö. Da ist eine. Guck. Kann ich aber von hier nicht beschießen. Der kann hier nicht mal runter. Das ist auch nicht das Geräusch, ne? Denn wieder nicht losgelaufen. Der wird geschützt. Der wird geschützt? Oh, ich bin bald 20. Ob sie das hier so bemalt hat? Ich will mal gucken, ob das der richtige Weg ist. Ja. Da müssen wir lang. Hier ist auch noch was drin, ne? Ich seh doch hier was. Da sind wieder Penze gewachsen. Und das haben wir übersehen. Oder ich war hier noch gar nicht drin. Kann natürlich auch sein. Langsam glaube ich echt, ich bin hier noch nicht lang gelaufen. Warum habe ich denn das da nicht gesehen? Oder konnte ich das da wirklich noch nicht? Ich muss überall gucken. Ich muss auch hier rauf gucken. Ob hier eventuell so ein Wachposten liegt. Das ist hier nicht, ne? Nee. Wir fehlen ja noch zwei Stück. Und da oben irgendwo. Ziel du auf das Herz. Ich kümmere mich um die Wurzeln. Wir kümmern uns erstmal hier rum. So, hier haben wir einige Seen. Hier. Wo ist die andere? Da ist eine, da ist eine. Ich muss runter. Sonst ist das gar nicht anders zu schaffen. Ich hoffe es sind nur die beiden, ne? Weil... Geht hier hin? Kommt denn hier raus, oder was? Es gibt noch eine dritte. Keine Ahnung wo die ist. Oh Mann. Ich muss mal mein Polsterchen zurecht drücken. Es gibt noch eine dritte und ich weiß nicht wo. Oh. Hier ist eine. Hier geht man hier runter. Hier ist keine. Da hinten. Da. Guck. Da ist noch eine. Alles klar. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Weil die müssen wir ja als erstes erledigen. Es ist gut. Ah, hier. Hier. Das ist so weit weg, das geht sonst gar nicht. Ja. Ich wollte bloß jetzt nichts sagen, ne? Das geht sonst gar nicht. Also können sie da rum manipulieren, was die Entfernung betrifft. So. Haben wir es doch wieder gewusst. Haben wir es doch gewusst. Das war doch von vornherein klar. Nein, alles gut. Was sagt die Zeit? 11 Minuten. Jetzt sind wir gleich da. Mal schauen, was hier ist. Hier ist irgendwas. 17 Meter. Ach, sowas ist hier. Ein leeres. Und eine blaue Truhe. Die können wir uns ja gleich mal holen. Aber ich finde die meine Wachleute nicht, ne? Und hier kommen wir dann wieder runter. Was wir gar nicht wollen. Wir werden mal den leeres jetzt... Guck mal, das habe ich gemeint, ne? Das ist mir mal auch passiert, wo ich schnell gehen musste. Ah, jetzt stehst du davor und... Ah, der ist. Was denn der Hadrian? Dann lasse ich den mal hochklettern. Und dann gucken wir uns mal den Riss an. Ich sag ja, ich hab wirklich das Gefühl, dass... So, so mal... Kontrolle von dem, was man hier so treibt und macht und programmiert, gibt's nicht, ne? Ich bin soweit, wenn du's bist. Ist der jetzt an... Jetzt wird er angezeigt, gut. Ja, wir haben genug Leerwandel. Dann wandeln wir mal... So wandelhaft... Hier ist nix. Hier ist nix. Scheint jetzt relativ einfach zu sein. Einfach hier langlaufen. Ich verschwinde endlich! Von wo kommen denn die Dinger denn? Ach, die sind alle wieder weg. Ein astrales Knochenfragment. Sehr schön. Jetzt brauchen wir zum Skillen. Soweit ich weiß, da können wir rüber. Ich hab jetzt jemanden gesucht, der die Sachen wirft, ne? Ich hab mich wo getäuscht. Immer noch mein Ambientelicht. Nein, ich will noch nicht sofort hier richtig hoch. Wir haben noch so viele andere Sachen zu erledigen. So. Einmal hier so rum. So, Tron und sowas ist hier nicht, ne? Ist hier einfach nicht. Schade eigentlich. Wir leer wandeln. Und wir wandeln. Und wandeln. Eben hab ich gegähnt. Oh, wartet mal ganz kurz. Das Polster krabbelt. Und ein Auge drehen. Oh. 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 Hänge von diesen komischen. Ein perfekter Kampf für ein eine perfekte Stelle für einen Kampf. Weg, weg, weg! Der gab da eine Stelle! Sie lernen es einfach nicht, oder? Sie bringen noch mehr Freude mit! Der braucht immer so ewig, ewiglich. Die ewigliche Leere. Scheiß Knarre hier! Wo geht's denn weiter? Hallo? Und nun? Ich seh hier gar keinen Weg. Aha, da. Gib mir doch mal nen Tipp. Die lichtenden Ehren. Die ehrenden Lichter. Oh, meine Fresse! Hehehehe. Na? Kommen wir langsam der Sache näher? Nein. Ja, er rennt wieder mit dem Kopf gegen. Oh, hübsch. Ich mag die Farben. Nenn ein bisschen an Guardians of the Galaxy. Geiles Spiel. Hier kann man wieder kämpfen. Wollt ihr nicht? Gut. Das habe ich zweimal gespielt. Beim ersten Mal war ich so unzufrieden mit meinen Aufnahmen. Ich habe die alle gelöscht und habe das einfach nochmal gespielt. Und das war sehr viel besser. Und dann habe ich es auch wirklich sehr gemocht. Was war das denn jetzt? Halt durch. Du hast es fast geschafft. Halt durch. Du hast es fast geschafft. Ausweichen. Nein. Er haut nicht zu. Er macht nichts. Er steht einfach... Jetzt kann er hier nicht vorbei hüppen. Jetzt, was ist das denn hier? Mein Gott, noch mal! Ach, da ist die dritte Säule. Die hab ich gesucht. Ich kann keine Säulen mehr sehen. Ich auch nicht. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Die Säulen können ja nix ab, ne? Wo ist denn jetzt der Ausgang? Ach, da. Hier ist nix an gut, ne? Man kriegt zwar was, ich weiß, aber... Ach, dann wollen wir mal wieder raus. Mal gucken, wo wir erscheinen. Vielleicht ist da wieder eine schöne Truhe, so als kleiner Trost, dafür, dass wir hier nix gefunden haben. Ich glaub, das ist doch mit Absicht so. Das ist denn das, was man hier an Ausrüstung kriegen kann, ne? Wenn man dann am Ausgang da die Truhe nutet. Wenn die denn da ist, ne? Da ist sie. Guck, da ist sie. Oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. Wir haben eine neue Waffe. Die wird gleich genommen. Und die kann auch verbessert werden. Das find ich ja cool. Dann brauchen wir aber ein Feuer. Ich hab nicht geguckt. Das war's für dich. Na, na? Warum haut er die Kisten und landet gar kein Treffer bei dem Typen? Wie kann man sowas so konstruieren? Ich kann mich jetzt wieder manifestieren. Wie kann man nur? Echt jetzt? Aber wenn die eine halbe Treppe höher stehen, dann können sie einen treffen. Aber selber nicht. Das hab ich ja auch schon gehabt. Ja. Ich mach die Tür auf. Und dann gucken. Wo sind wir hier überhaupt? Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Und hinter uns ist ein Feuer. Cool. Das Feuer hätte ich aber gern noch. Wir sind hier in unbekannten Gefühlen. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Wo ist das Feuer? Hier können wir klettern, ne? Da ist eine. Da unten ist eine. Die sind alle von hier nicht zu sehen. Wir gehen hier erstmal runter. Ich guck mir das jetzt hier erstmal an. Ich will das Feuer haben. Seid ihr nicht? Ach, da ist noch einer. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Äh. Nein. Ich guck mal, ob ich hier speichern kann. Weil ich möchte jetzt eigentlich Feierabend machen. Das war die falsche Karte. Spiel speichern. Das geht. Cool. Wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Dann werden wir das Gebiet hier mal erforschen, wo wir jetzt sind. Es ist ja schon interessant, dass wir jetzt hier oben gelandet sind. Hier in diesem Gebiet. Ich wollte aber eigentlich hier hinten noch weitermachen, aber ist jetzt erstmal egal. Hier ist ja auch noch genug zu tun. Guck mal, hier ist noch eine Spukermittlung. Hier waren wir schon. Da ist das. Jetzt können wir erstmal uns mit dieser Höhle befassen. Cool. Na gut. Nächste Folge geht's weiter. Tschüss.